Noch nie habe ich die Bühne so voll gesehen. Ja, welch herrlicher Anblick. Die Herren sind sehr schön gekleidet. Was sagen Sie zu dem Herrn in der zweiten Reihe? Oh, er ist sehr schön. Er ist wunderbar gebaut. Von Ihnen allen habe ich gerade geträumt. Oh, die Vulva weitet sich. Da ist ja schon der Kopf. Lasken auf. Schon, Junge. Und mit gesenktem Kopf zum Schluss. Wenn ich erst einmal 50 bin, dann werde ich nicht einmal mehr am Bücherregal entlang rücheln können und in den Platzspieler kotzen. Wieso nicht? Mein Großvater kann das. Ach komm, sei doch nicht so mies, Petri. Nicht so ein Stück Milch aus meiner Flasche? Nö, danke. Von dem Zeug bin ich runter. Ich habe jetzt schon ein Dreifachkind. Oh, Henry, what are you doing? Richtig? Richtig, weiter. Oh, Elisabeth, where are you, where are you going? Jetzt heißt es going. Ich kriege es nicht heraus. Möchten Sie, dass ich Ihnen helfe? Oh ja, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Es ist mir ein Vergnügen. Ich kriege es auch nicht heraus. Ich werde es Ihnen heraus operieren. Wozu habe ich mein Taschenmesser? Arbeiten und nicht verzeigen. So, das hätten wir. Aber das ist ja ein Stein. Ihr Herz ist ein Stein. Ja, aber es schlägt nur für Sie. Ich bin doch da. Das finde ich mein Morgen oder übermorgen. Am liebsten werde ich dich gar nicht fortlassen. Ich muss fort. Warum? Damit ich wiederkommen kann. Ich muss jetzt. Worte. Nichts als Worte. Weißt du anderes nicht zu sagen, als dein Worte. Nichts als Worte. So sag ich dir, Liebling. Hüte deine Zunge, sonst passiert was. Worte, Worte. Nichts als Worte. Nein. Weißt laut. Denk zu. Ich hatte in meinem ganz Leben noch nie laut. Denk da so weit. Wurde du. Red dich doch nicht zu. Manchmal macht man, man hätte was gehört, dass keiner was gesagt hat. Aber in Wirklichkeit hat keiner nichts. Wieder was erledigt. Darf ich jetzt weiterkochen? Du, ich glaube, ich habe Zucker. Was? Jetzt? Wo wir in Rente kommen? Nein. Wirklich nicht. Am Abend saßen sie immer noch dort. Sie saßen allein. Sie sprachen kein Wort. Und konnten es einfach nicht fassen. Du schweigst. Sagst nichts. Und du redest. Weil du schweigst. Du redest, damit ich mit dir rede. Aber ich rede nicht. Jetzt eben hast du geredet. Das war keine Rede. Hier bin ich. Es ist nicht viel besser. Es handelt sich um mich. Es handelt sich um mich. Ein schlechter Anfang. Versuchen Sie es noch einmal. Es handelt sich um mich. Es ist nicht viel besser. Hier bin ich. Ein schlechter Anfang. Ich bin's. Ein schlechter Anfang. Es handelt sich um mich. Es ist nicht viel besser. Jetzt habe ich Lust auf Musik. Ein wichtiger Hinweis für die Autofahrer auf der Autobahn A5 Karlsruhe Baden Richtung Karlsruhe. Im Abschnitt Riedel Freiburg Nord kommt Ihnen auf Ihrer Fahrbahn ein Fahrzeug entdeckt. Bitte fahren Sie äußerst rechts und überholen Sie nicht. Das sind wir. Wir sind falsch. Dreh um. Dreh um. Dreh um. Auf der Autobahn. Bleib stehen. Halt doch an. Bleib stehen. Bleib stehen. Wir sind doch über Lichter. Fahr raus. Fahr doch einfach raus. Wohin denn? Ich will aussteigen. Oh, an die Klappe. Halt einmal die Klappe. Ich dreh durch. Da ist der nicht geachtet. Nein. Nein. Doch. Dieser Schleier. Und der Haarschnitt frisch vom Friseur. Auch dieses Lächeln. Das ist völlig unverbraucht. Ein Fräulein, wie sie im Buhre steht. Aber schauen Sie mal. Das hier. Das ist mein Mann. Nicht möglich. Doch. Oh Gott. Diese Hochzeitsfrisur. Und richtig verkrampft. Gott, ist das komisch. Und wie sie den Blumenstrauß halten. Wie einen eisernen Wesen. Oh Gott. Gehen Sie. Gehen Sie mir mein Abends. Victress. Sir. What was in that glass? Arsenic, sir. Arsenic? I asked you to bring me absinthe. I thought you said arsenic, sir. I beg your pardon. Das war alles. The Meisterstown Hausze. Godfrey. Ich嫌. Ja. Oh Gott. Ja. 开始oire akan. Ich bin juber. Vielen Dank.